Warum hat er denn da nur 19 Pfeiler gebaut? Was ist denn das für ein Quatsch? Stecken geht auch nicht irgendwie. Egal. Den rüstest du mir auch bitte aus. Hä? Wie jetzt? Moment. Was? Bogenschütze. Einfache Bogen. Kurzbogen und Kompositbogen. Also ich habe Bogenschütze und kann theoretisch gesehen den Kompositbogen und den Kurzbogen benutzen. Den Kompositbogen kann ich später bauen. Den langen Bogen kann ich aber nicht benutzen, weil ich... Was ist das hier? Plänker. Weil ich Plänker brauche. Was ist das für ein Quatsch? Ja. Also manchmal, ne? Dann bleiben wir erstmal beim Kurzbogen. Ist da nicht wahr. So, Level 0. Achso, weil ich die Breitkopfpfeile benutze. Dann steigt hier wahrscheinlich dann auch das, oder? Hoffe ich mal. Alter. Das Spiel macht einen fertig, ne? Das geht nicht, weil... Mimimi. Oh Gott. Ähm. So. Dann... Wurste mal den Bogen aus. Kann ich da eigentlich... Übungsschwert. Ich muss gerade noch mal... Ich muss gerade noch mal ein bisschen rumdenken. Das macht mich fertig. Fertig, das Spiel. Das war hier, ne? Genau. Übungsschwert. Und mit 30 können wir mal ein richtiges Schwert benutzen. Und auch den Harnisch. Dann haue ich das Übungsschwert mal noch... Ähm. Was kommt hier eigentlich rein? Dann haue ich das Übungsschwert mal noch auf... Irgendein Slot. Ist ja von da, wo der Hammer ist. Das geht nicht. Da, wo die Bolzen sind. Warum habe ich Bolzen ausgerüstet? Kein Quatsch. Gibt das? Ne, das geht nur... Es geht nur da oben, wo... Ähm. Wartet mal. Dann tauschen wir das mal ganz kurz mit dem Bogen. Gibt das? Ne, es geht auch nur da oben. Dann will ich mal gucken, dass ich den Skill mal ein bisschen hochkriege. Nur mal, um zu testen. Ne, Quatsch. Was brauchte ich jetzt für die Rüstung? Für, 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 für die... Für die Litionäre, ne? Also der Hammer. Theoretisch. Oder die Schaufel. Die Schaufel hat mehr Reichweite, ne? Aber nicht so viel Bums. Ähm. 19. Und der Hammer. Die Axt würde auch gehen, ne? Die Axt würde auch gehen. 13. Ist das der Schaden? Ne, das ist die Haltbarkeit, ja. Ist die Qualität. Hm. Wie sieht's beim Hammer aus? Hat der eine bessere Qualität? Besser als 19. Ich will halt gerne die Rüstung tragen. Hm. Bolzen, keine Ahnung warum. Ich hab schon gewundert, warum ich die Bolzen an der Seite in der Tasche habe. Ich bin jetzt den Hammer gelassen. Wir machen gleich weiter, keine Sorge. Ja. Den Hammer hab ich auf der 1. Ich bin doof. Fünf. Kann ich die Axt, ähm... Kann ich auch da hin, da da. Die Schaufel geht nicht, ne? Geht nur da oben. Da suchen wir mal Wolfgang. Bei Bertram, je nachdem wir befinden. Fisch. Inventar, lass das. Ähm. Hm. Ich würde über die halbe Insel jagen für den Scheiß, ne? Äh, wie sieht's denn mit friedlichen Tieren aus? Ich mein, vielleicht will mir doch ein Pony. Ähm. Das ist kein Pony. Das ist wieder so ein Scheißhirsch. Ähm. Darauf hab ich jetzt ehrlich gesagt keinen Nerv. Aber dann geh mal hier oben hin. Aha. Das ist jetzt was? Das ist grad nicht aus. Wildschwein oder sowas. Ja. Aggressiv war richtig, ne? Das könnte... Das könnte... Wildschwein oder irgendwas sein. Ein Keiler. Die Spuren hier so komisch aufhören. Sagen, die können ruhig mal länger. Ich trink mir noch was. Moment. Ich hätte mir auch noch ein Schild bauen können, ne? Schon mal die Waffe ready? Da ist sie doch. Ist das ein Schwein oder ist das ein Bär? Schwein. Dann gucken wir mal, ob das glatt geht. Ich bezweifle das. Aua. Das hat auf jeden Fall gereicht. Für Level 30. Ich sollte was essen. Man. Ich muss mal weg. Danke. Aua. Das haut nicht. Ich wollte doch nur was essen. So. Geht das relativ okay? Hoffe ich. Ich hoffe, er fällt dann irgendwann mal um, bevor wir die Pfeile ausgehen. Aha. Du Sau. Du Sau. Du hast nicht mal gelogen. Die Pfeile machen mehr, Aua. Und ich treffe auch öfters, wenn er dichter dran ist. Dead. Guck mal, er schläft nur. Was für ein Proper. Cool. Das war doch erfolgreicher als mit diesem Scheißhirsch. So. Jetzt könnte ich das ausrüsten, ne? Jawohl. Achso, ich sitze nicht auf der Bank. Ich habe mich gerade gewundert, warum. Egal. Wollte mir die Ausrüstung mal angucken. Ohne Arme. Naja. Und falls, ist die robuster, als das, was wir vorher hatten. Aber ich habe keine vernünftigen Hosen an, ne? Ja. Wir sollten uns noch andere Klamotten machen, zusätzlich. Der Hosenlose rennt rum. Ich meine, ich habe Unterhosen an oder so. Messer ausrüsten. Da. Das Puttern. Und dann. Müssen wir dich mal häuten. Das gab 14 Knochen. Genauso viel wie beim Hirsch und im Schweinekorb. Wo ich auch schon 12.000 von habe. Das ist die Spur von vorher, ne? Ja. Keine Spuren. Ausschau halten nach friedlichen Tieren. Das ist wieder so ein. Das ist wieder so ein Hirsch oder sowas, ne? Ne. Wildschwein. Nein. Ja, okay. Dann nicht. Dann hau ab. Ich jag dann. Ich jag nicht immer so einem Vieh hinterher. Ich habe keine Lust zu. Über die halbe Insel. Da. Nein. Ich habe es gar nicht gesehen. Ich habe es einfach. Einfach gegengelaufen. Nein. Hier ist nix. So. Vielleicht was anderes. Ich sage mal. Non-aggressives. Was. Das Pferd wäre schön. Nein. Ich will das Wildschwein nicht. Das Kleine. Ja. Nope. unfassbar wie weit er das noch verfolgen kann ich hätte wirklich unheimlich gern das Pferd gehabt bei einer der letzten Aufnahmen oder Streams aber da hatten wir halt einfach die Fähigkeit noch nicht das zu sehen mittlerweile müsste das gehen aber es ist jetzt kein Glück gehabt mit dem Pony mit den Tieren auch nicht wirklich ne unbedingt noch neue Klamotten das sieht unschön aus ich meine wir haben zwar ein neues Oberteil aber der Rest ist ein bisschen fragwürdig gerade äh 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 niedliche Tiere ne auch nicht Ich glaube, das wird mit den Viechern heute nichts mehr. Jupp. Ein Bär war geil. Ich meine, klar, die machen uns wahrscheinlich schneller kaputt, als sie gucken können, aber die haben halt auch ordentlich Knochen drin, ne? Und ich bin jetzt froh und mutig und gehe mal schon aus. Die kriegen wir platt. Also, ich hoffe jedenfalls. Aber weder Bertram noch Wolfgang, noch sonst was will sich geblicken lassen. Okay. Klar, ich renne jetzt auch querfeldein durch die Pampa. Aber ich muss keinem Vieh über die halbe Insel hinterher rennen. Bestimmt selber meinen Pfad. So. Mal gucken. Probieren wir es vielleicht auch nochmal. Wir haben ja jetzt bessere Pfeile und so. Ja, moin. Ich bin der neue Nachbar. Ich wollte mir mal ein paar Knochen leihen. Schade. Und es geht wieder los. Hallo? Ach da. Kaum zu sehen durchs Unterholz teilweise. Da beruhig dich mal, Kollege. Ich meine, mein Charakter damit verrückt sich einen zurecht, ne? Und keine Munition mehr. Moment, lade nach. Oh, dass ich keine Eisenpfeile gebaut habe. Wäre echt schade drum. So schlecht wie ich schieße. Oh, der hat gesessen. Der leider nicht. Der ging auch auf den Arsch. Sehr schön. Kropftreffer. Man schlagt doch nicht so eine Haken, Kollege. Okay. Okay. Achtung, schlechter Wortwitz. Irgendwann habe ich den Bogen noch raus. Oh, das hat gesessen. Ich weiß nicht mal wie. Ich bin eigentlich nur abgerutscht mit der Maus. Alter. Eine Kunst für sich, der Scheiße. Sagen es jetzt Tod, ne.